Wie arbeiten wir effektiv mit zwei Bildschirmen? Ich habe in meiner Präsentation zwei Bildschirme. Links ist mein Bildschirm mit dem Explorer, sieht man hier, und auf dem rechten Bildschirm ist eine Webseite mit AlphaView geöffnet. Möchte ich zum Beispiel die Webseite von AlphaView auf dem anderen Bildschirm haben, dann muss ich die kurz markieren, indem ich die angeklickt habe, hier oben mit meiner Maus, und dann drücke ich die Tastenkombination Windows, Umschalt, Pfeiltaste nach links. Und schon wandert das Bild hier auf den anderen Bildschirm. Wenn ich jetzt noch eine Tastenkombination wähle, Windows und die Pfeiltaste links, ohne Umschalt, dann bringt er mir dieses Fenster auf den halben Bildschirm. Genauso gut könnte ich auch sagen, ich möchte das mit der Windows-Taste, Pfeiltaste nach rechts auf dem rechten Bildschirm haben. Und jetzt, wenn man das macht, kommt hier eine Auswahl, und ich kann sagen, ich möchte meinen Explorer jetzt hier neben der Webseite anzeigen. Klicke ich einmal da drauf, und dann platziert er den Explorer links und meine Webseite rechts. Und das Gute daran ist, ich kann jetzt hier zwischen mit der Maus, mit der linken Maustaste drücken, und kann dann das hier rüberziehen, also meinen Explorer etwas kleiner ziehen, dann verbreitert er automatisch die Webseite, oder auch umgekehrt. Das ist eine sehr praktische Funktion. Und wenn ich dann meinen Explorer wieder auf das andere Fenster haben will, dann nehmen wir wieder die Tastenkombination, Windows-Taste, Umschalt-Taste, Pfeiltaste nach rechts. Und wenn ich ihn dort auf Vollbild haben will, Windows-Taste, Umschalt nach oben. Und nochmal oben. Das heißt, mit der Taste, Windows-Taste und Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, kann ich die Fenster verkleinern und vergrößern. Ich mache es nochmal vor. Windows-Taste, Pfeiltaste nach unten, Windows-Taste, Pfeiltaste nach oben. Damit kann man das auch wunderbar steuern. Hier auch gleich nochmal. Klicke hier wieder auf meinen Browser an. Windows-Taste, Umschalt nach oben, verkleinert. Windows-Taste, Windows-Taste nochmal nach oben, vergrößert. Sehr schöne praktische Tastenkombination. Und so kann ich meine zwei Bildschirme ganz schnell in den Griff bekommen.